Wusstest du, dass wir uns so viel holen können, wie wir wollen? Was? Echt? Ja, hol dir auch was! Entschuldigung? Ja? Die anderen Gäste beschweren sich, dass es keine Muffins mehr gibt. Und? Naja. Hä? Aber er darf so viel essen, wie er will. Das ist schon richtig. Grundsätzlich darf man vom Buffet auch viel nehmen. Allerdings ist damit gemeint, was pro Gang auf den Teller passt und was man auch essen kann. Aber ich kann das essen. Na gut, viel Erfolg. Eine Ewigkeit später. Muss Muffins aufessen.